Warum seid ihr anders? Hallo, wer seid ihr denn? Wie geht's euch? Uns geht's gut. Ihr seht irgendwie anders aus als wir. Seid ihr auch Überraschungseier? Wir sind Schokoladeneier aus fairem Handel. Unsere Überraschung im Inneren und unsere Schokolade kommt aus fairem Handel. Was ist denn fairer Handel? Davon haben wir noch gar nicht gehört. Die Bauern, die meinen Kakao geerntet haben, sind gut bezahlt worden. War das bei euch nicht auch so? Nein, unsere Kakaofrüste haben erwachsen und Kinder geerntet. Die Kinder sehen ganz traurig aus. Sie sind ganz weit weg von ihrer Familie und sie arbeiten von morgens bis abends und können nicht zur Schule gehen. So etwas gibt es? Das ist traurig. Beim fairen Handel ist das nicht erlaubt. Das ist ja gemein. Da steht mir ja mein Fairtrade-Siegel zu Berge. Was ist denn ein Fairtrade-Siegel? Schau mal, hier siehst du es. Das ist ein blau-grün-schwarzer Kreis. Mit dem Siegel sind Produkte aus fairem Handel gekennzeichnet. Oh, so ein Siegel hätten wir auch gerne. Wir finden das nämlich auch gemein, wenn schlechte Löhne gezahlt werden und Kinder schwer arbeiten müssen, anstatt zur Schule zu gehen. Ein Kunde betritt das Geschäft. Guten Tag, ich kaufe nur fair gehandelte Überraschungseier. Im nächsten Leben werde ich auch ein fair gehandeltes Ei. Ende Ich träumte, ich wäre fair. next Wenn ich werde ich weiter Nacht Not Anne exhibits